Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute geht es um das Thema Network Marketing Teil 3. Und zwar Network Marketing, auch Direktvertrieb genannt, ist in Zeiten einer Krise eine optimale Chance, nebenbei sich Geld dazu zu verdienen, respektive auch unabgenommen einer Krise Geld dazu zu verdienen, indem du ganz normale Produkte dir einkäulst und diese Produkte weiterverkäulst. Im Part 2 von dieser Network Marketing Serie habe ich über die Produktpräsentation gesprochen, wie du als Networker deine Produkte offline, respektive auch online, zeigen kannst, wie du die präsentieren kannst. Dazu habe ich aber auch natürlich nochmal ein separates Video gemacht, wie man Produktpräsentationen wirklich richtig macht. Genau, beide Sachen sind oben in der Infobox, kannst du draufklicken. Und ja, nehmen wir mal drauf ein, Network Marketing ist Ein christensicherer Job ist ein Mensch-zu-Mensch-Beziehung. Und nein, es ist kein Schneeballsystem, wie alle so meinen, es wäre ein Schneeballsystem. Na klar, musst du auch Geld inventieren in die Produkte. Aber wenn du die Produkte für dich selbst nutzt und die dann mit Begeisterung weiterverkaufen tust, somit hast du dein Investment, wo du für die Produkte ausgibst, wieder eigentlich drin. Na und da werde ich gerne jetzt kurz mal aufs Clipchart gehen. So, jetzt habe ich hier kurz mal was aufgeschrieben auf dem Clipchart. Und zwar, wenn du jetzt ein Produkt von einer sogenannten Network-Firma hast, wo du einkaufst, du kaufst natürlich Clever ein, du kaufst jedes Abo, in dem Abo sind zum Beispiel drei Pakete oder respektive mehrere Pakete drin. Ich habe jetzt da mal ein Beispiel genommen, da sind drei Pakete drin. Dieses Abo kostet 76,64, wo du jeden Monat abbezahlen musst. Und ein Produkt von diesem Abo kostet 71,92. Ja, es ist schon mal teuer. Na, aber du kannst immer noch den Merkmal und Nutzen von den Produkten machen, dass es besser ist für dich, dass es mehr Energie bringt und so weiter und so fort. Dazu habe ich natürlich ja auch ein anderes Video draus gemacht, wie du Merkmal und Nutzen besser funktionieren tust. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich will jetzt dir mal zeigen, wie du mit deinen Produkten Clever-Geschäfte machst, ohne es in die Unseriösität in dem Network-Marketing zu kommen. Viele Networker machen es unseriös. Und wenn du clever als Networker im Network-Marketing bist, dann ist es genau das Richtige für dich. Und zwar, du hast jetzt bei einer sogenannten Network-Marketing-Firma, direkt bei der Firma, ein Abo abgeschlossen. Das geht zwölf Monate. Und jeden Monat oder respektive jeden dritten oder vierten Monat bekommst du dein Abo zugeschickt. In diesem Abo sind respektive drei von drei Paketen. Und wenn du ein Produkt aus deinem Abo weiterverkaufen tust, mit A, 51 Euro an einem Bekannten, respektive an andere Menschen und die das mit Begeisterung bei dir kaufen, dann hast du eigentlich schon einen kleinen Gewinn drin und hast somit dein Abo zum Teil auch schon selbst bezahlt. Du musst nur schauen, dass du wirklich diesen Preis, die 71 Euro, kleiner machst, indem du das Produkt hervorholst und die Merkmale und Nutzen, die Argumentation dem Kunden an sich klar zu kommunizieren, klar preisbegeben, was er alles von diesem großartigen Produkt, was du hast, auch für ihn nutzen kann, wo er körperlich fit ist, wo er ausgeglichen ist, wo er mehr Energie hat, wo er mehr Konzentration hat, whatever, whatever, whatever. Ich will dich gar nicht kurz in die Länge ziehen, aber wenn du dein Produkt höherpreisig bist, somit musst du ein großes Merkmal nutzen für den Gegenüber machen, indem du den Preis kleiner machst, indem du alles aufzählst, was dein Produkt oder respektive deine Produkte so können. Und deshalb ist eigentlich Netzwerkmarketing eigentlich ein anderes und ein schönes Geschäftsmodell für nebenbei, respektive aber auch für die Selbstständigkeit zu starten, weil somit lernst du eigentlich verkaufen und lernst du mit dem Geld umzugehen, ohne großartige Investitionen zu machen mit 500, 600 Euro. Natürlich gibt es auch Abos, gibt es auch Sachen, wo du halt 400, 500, 600 Euro aufgeben musst für mehrere Produkte. Zum Beispiel, wenn ich mal in die Firma Vorwerk reingehe, da musst du für einen Staubsauger, ich glaube, ich schlag mich tot, irgendwas von 2.000, 5.000 Euro ausgeben, respektive für einen Thermomix 1, 5, ich weiß gar nicht, was die aktuellen Preiskann sind bei Vorwerk, was die kosten, aber es ist doch relativ easy, da rein zu starten. Ja, klar, Vorwerk ist die bekannteste Firma, aber die Produkte an sich bringen die auch das, was eine Nachwuchsergänzungsmittelfirma dir bringt. Natürlich bringen die einem weiter. Du kannst, wenn du einen Thermomix oder Staubsauger von Vorwerk hast, kannst du das ja auch weiter vermarkten, weil du das Produkt ja selbst im Alltag nutzt und mit Begeisterung dieses Produkt ja weiterempfehlen kannst. Zum Beispiel, respektive, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Nahrungsergänzungsmittel in deinem Alltag integrierst und mit Begeisterung empfehlen tust, dann kannst du auch damit auch ein Geschäft machen. Ich mache da kein Geschäft mit. Ich will es nur euch erklären. Ich kenne es und habe es immerhin schon gemacht, aber es ist nicht so mein Geschäftsmodell mehr, wo ich sagen kann, das ist jetzt und bleibt auch bei mir. Ich wollte euch dann nur mit zeigen, dass du mit Begeisterung und mit Leidenschaft dahinter bist. Genauso wie mit dem Angestelltenverhältnis irgendwie in einem Telekom-Shop oder Vodafone-Shop oder Autoshop oder whatever, wo du arbeitest, kannst du deine Produkte, deine Dienstleistung bei deinem Arbeitgeber mit Begeisterung an deine Kunden weiterverkaufen. Du musst nur deine Merkmale nutzen. Klar, dem Kunden gegenüber kommunizieren, miteinander reden und ihm auch mal zuhören, was er denn gerne hätte. Genau. Und ja, das war das Thema Network Marketing. Warum Network Marketing eigentlich das beste Geschäftsmodell ist, für nebenbei zu starten, respektive für einen krisensicheren Job zu haben, um passiv Geld zu verdienen. Ja, wenn du noch mehr wissen willst, dann schreibe es gerne in den Kommentaren, hinterlass dem Video ein Like und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich auf deine Kommentare. Und jetzt viel Spaß im Network Marketing. Dein Michael Barrauch.